Ich werde jetzt die Parabel umkehren. Also gesucht ist in dem Fall f hoch minus 1, sondern sollte klar sein, das geht nicht für die ganze Parabel, das geht nur für einen Teil. Also ich kann jetzt den blauen Teil nehmen oder den gelben Teil, das ist egal. Entweder blau oder gelb lässt sich umkehren, aber nicht beides. Also ich nehme jetzt mal den blauen Teil zum Umkehren. Das ist positiv. So, der geht jetzt hier los, also größer 0. Das heißt, ich mache, also die Funktion hätte ursprünglich d gleich r. Da gibt es keine gefährlichen Stellen, keine Wurzel, kein Bruch. Also ursprünglich kann ich alles einsetzen. Ich mache jetzt ein neues d, neu, und sage dieses neue d, d gleich r plus. Ja, oder ich kann sagen, d gleich, okay, Klammer, bis sonnendlich, so, das Gleiche. Also nur das Positive. Und diese neue Funktion ist nur erlaubt für positive x-Werte. Und die lässt sich umkehren. Die Umkehrung selber, da gibt es so ein Standardverfahren. Ich sage f hoch minus 1 Doppelpunkt, also wenn jetzt hier y nach x² minus 2 ist, dann sage ich einfach x gleich y² minus 2. Ich vertausche x und y. und löse jetzt nach y auf. Also erstens vertauschen, zweitens y ist gleich Punkt, 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 Punkt. Okay. Na, wir war jetzt erstmal hier so plus, ja, plus 2. Dann habe ich x plus 2 gleich y². Dann die Wurzel, y ist plus oder minus Wurzel aus x plus 2 und hier f hoch minus 1 Doppelpunkt. Und genau an der Stelle haben wir jetzt das Problem plus oder, das geht jetzt nicht bei einer normalen Funktion. Da muss ich mich jetzt einigen. Ist es plus oder ist es minus? Was habe ich jetzt da? Und ich bin ja im Positiven, das heißt, ich habe hier so diesen Punkt, was habe ich denn hier? 2,2. Ja, der bleibt gleich, der 2,2 sagt mir gar nichts. Aber, ähm, irgendwas Schönes. Ja, 1, 1, minus 1, genau. 1, minus 1, also im Schwarzen. 1, minus 1. Wird in der Umkehrung dann minus 1, 1. Also wenn ich minus 1 einsetze, muss 1 rauskommen. Also wenn ich jetzt hier minus 1 einsetze, muss plus 1 rauskommen. Also kann es nicht dieses Minus sein. Weg damit. Radieren, 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 plus. Hätte ich die gelbe Funktion genommen, hätte ich an der Stelle ein Minus. So ein bisschen rumprobieren, ja. Gut, ich habe den Term der Umkehrfunktion gefunden und das ist jetzt dieses Ding da. Genau. Interessant ist jetzt noch die Wertemenge. Also die Definitionsmenge ist jetzt, jetzt haben wir mal andere Farben, so. Und zwar tue ich jetzt die, blau, ich mache jetzt mal die Definitionsmenge, mache ich mal hier. Das ist blau, so, nix da. Und die Wertemenge von der Funktion, das ist das, was rauskommt, die mache ich gelb. Ja, das ist Wertemenge und Definitionsmenge. Also alle positiven Dinge darf ich einsetzen und zwischen minus 2 und unendlich kommt es raus. Minus 3 kriege ich nie. Das heißt, hier habe ich ein, ich mache mal so, df, ja, also Platz schaffen, Platz schaffen. Also, noch df gleich r plus, wf gleich, also von minus 2, die lasse ich nicht rein, genau. Also ich habe ja hier so ein Kringel, ja, minus 2 darf ich nicht mit spielen. Minus 2 bis unendlich. Und dann hat die, bei der Umkehrfunktion vertausche ich x und y. Das heißt, hier habe ich df hoch minus 1 ist jetzt minus 2 bis unendlich. Und w, f hoch minus 1 ist r plus, wir haben hier, so, das geht über Kreuz, Definitions- und Wertemenge tauschen. Und das zeige ich jetzt hier noch grafisch. Ich habe ja, also ich habe hier diese Winkelhalbierende des ersten und dritten Quadranten. Und der Punkt bleibt gleich. 2, 2 wird zu 2, 2. Und, also geht ja dann los bei, also 0 minus 2 wird zu minus 2, 0. Also hier ist da so der Startpunkt. Dann habe ich hier und dann ungefähr diesen Punkt. Und das heißt, die Umkehrung schaut ungefähr so aus. Also die Umkehrung, die hat als Wertemenge, genau. Alles hier, ja, also positive Zahlen. Das wird rauskommen, tut alles positive. Die 0 ist nicht erlaubt, minus 2 ist nicht erlaubt. Die Definitionsmenge ist von minus 2 bis, die ist hier, von minus 2 bis unendlich. Und vorher war es andersrum. Also hier ist der Graph f hoch minus 1. Ich bin eigentlich fertig. Das ist, jetzt male ich noch, weil es so schön ist. Das ist der Graph von f. Und der Graph von f hoch minus 1 ist so eine typische Wurzelfunktion. Die schauen immer so aus. Um 2 nach verschoben. Und ja.